Ich glaube, mein Chef wird durchstehen, wenn ich ihm die Krankenbindung über so einen Zeitraum dahin lege. Naja, mein Arbeitgeber ist die Arke, eyla. Mir scheißegal. Du kannst auch jetzt, Tobi, kannst du auch die Marke entsitzen, ne? Die wurde kaffest, auch beim Xur. Sie dürfen den Garten nicht versiegeln und sein Herz... Die Marke, genau, die drei Bötzen. Wäsche. Drei der Münzen. Kann man eigentlich noch die Form gut, äh, Auszeichnungen benutzen? Ja, wie viel ist die Auszeichnungen? Ja. Irgendwann kannst du mal, ich glaub, du konntest den Ruf umwandeln oder so weiter. Weil ich hab noch VO 10 Stück und Schmerzding auch noch 3,4 Stück. Ja, ändere so. Wo, bei, dann schmerzt die, oder was? Ne, sofort, die Baudys. und mit dem ach so mit in den kuchen von dem kratzmann ich habe noch 18 v- und auszeichnung alle zweiter Punkt Ruhm früher auch so was sich abgeschlossen mehr eine von der Frau aus Zeichnungen pro Ding wo ich in Lübe heute war so viel für die Vorherrskammer und zwei Leveler zwei Parkväter das heißt ein bisschen schocken Menschen ich auch noch mal die händler alle kraft ist habe ich noch mal im Monat hier auch noch dabei gehört die händler so kann man noch einmal unterrichten ich habe dann gewusst dass du die lichtpartikel benutze kann ich für als alles ausbilden in den ganzen sachen ja ich habe jetzt noch 206 3 schlichtpartikel es gibt uns um wenn ich die dinge der verbraten und ich sage mal ich steige ungefähr zwei oder drei Level bei dem Vorhutdinger sammeln sich die Kisten dann oder kriege ich trotzdem nur eine also ich denke mal schon dass sie nicht sammeln das wäre richtig beschissen ich glaube der kriegt zwei steht dann kriege ich ernst in die porscht das bleibt immer aktuell das ist auch gut da müsste ich gar nicht mit dem Ding an aber das wäre ja richtig mies Alter wenn du nur ein Ding kriegen würdest wenn du drei Level gemacht hast ich habe 275 bekommen für einen so ein Teil aber scheinlich weil die Dämmerung noch gemacht hast ich habe nur 295 bekommen für mich aber drauf geschissen ich habe dafür gesorgt dass man dass man immer die alte Gegenstände behalten muss muss alles losgehen ich habe den Gang gerade gezeigt wo alle Geister sind sehr gut, sehr gut er musste ja sagst du nimm's auf na kann ich ja das reparate Smitz auch noch bin schneller und so mit dem Saber weißt du ja wo wir gerade waren mit dem Schwebelpfeeder na was nehm ich jetzt auch probiere über Crap ach so ganz sicher ganz sicher er hat sich ja auch nicht die Geister wo wir gesammelt haben er hätte sich nur drei an sich mach mal gleich einfach nochmal der Tobi hat sie ja noch nicht ja dann macht man einfach mal ein Video wo alle Geister drin sind ja ja mach schon viele Videos draus fertig nix großartiges das spielt sich ein bisschen an der Flöte rum aha so näher wobei nein noch nix waren wir nicht vonnöten nem hm hm äh wie ich war im Vorbidden angeschloss ja klar da hatte ich da hatte ich die Xbox-Nivela auf scared Art Game ood gespielt Bei mir möchte ich das unterleben mit dem Inchlaufer, das kann ich vergessen So frisch aufgeladen geht halt nicht Kannst du eigentlich die Sphäre erzeugen? Pass mal auf Ich denke die Sphären die ich jetzt mache, dürften hier reichen Jawohl, reif, reif Dein Arms ist in Dark Ich denke die Sphären die Sphären hier Ich denke die Sphären hier So geil, Alter. Mit dem Bau, wenn du hochsprings und dann im Ernst springst, dann springst du ja noch ein Stückchen höher. Schöter gefallen. Schöter kurz weg. Jo. warum kommt doch kein zeit keine ahnung das heißt sogar den bossblatt gemacht haben ich habe schon das spiel mitleid mit uns weil wir gerade mal kurzzeitig so abgegangen sind ich bin leider mehr munition verschwärts ist eine gute frage also ich habe es jetzt nur 30 ja dann kriegst du auf jeden fall noch mehr weil ich habe 30 schläge ich habe mehr oder 32 sind ja 30 bei mir jetzt ich weiß nicht ich muss sagen ich habe das länger schwer deswegen aber tun wir mal ich kann doch auch aufnehmen oder mit der playstation und kann er dann auf dem stick machen und kann er mit dem stick auf dem pc tun oder anschaus direkt von der play anschaulich über die pläser hochladen bei youtube ja ich würde auf pc machen muss sondern erstmal du kannst ja so vom pc hat du kannst ja wieder die pläser hochladen und kann ich auf dem pc schneide bei youtube selbst ja weil der toby hat mir keine account daten gegeben ja ich glaube am schnellschuss wenn du so was dick macht und dann halt hochladen ja 100.000 leitung sollte eigentlich schnell gehen also kannst du haben aber wenn du doch mal ein bisschen für ein krasse sagen ich jetzt nur direkt dann macht es auch spaß so ein paar videos drin zu machen und du kannst die ganze zeit aufnehmen und kannst halt die geister ausschneiden und so welche und neues video draus machen und das ist schon gut gemacht von mir ist auch noch ein video bei youtube vom astral res und ente er hat mich da ring gemacht wo man der krupp gelehrt haben die sind alle geile die kannst du nicht kaputt schießen das ding aber das was da rauskommt kannst du jetzt blatt machen das ist dreh dich doch mal zu mir die lappen ey Jawohl, wir sind ja auf den Kram. Jawohl, wir sind ja auf den Kram. Jawohl, wir sind ja auf den Kram. 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 Dann fallen sie.